Die Chris Vector ist eine von Chris USA entwickelte Maschinenpistole. Eine technische Besonderheit dieser Waffe ist ein teilweise senkrecht bewegter Masseverschluss. Die Chris Vector ist in Skill eine ganz besondere Waffe, da sie eine Feuerrate von 99 besitzt. Damit ist sie die am schnellsten schießende Waffe im Spiel. Dafür besitzt sie aber nur 20 Schuss im Magazin und ist daher sehr schnell leer. Wir empfehlen möglichst immer mit einem vollen Magazin die Gegner anzugreifen. Der Schaden ist aber eher durchschnittlich und der Rückstoß ist bei einer so hohen Feuerrate nur auf kleineren Distanzen leicht zu kontrollieren. Außerdem ist man mit ihr sehr mobil, da sie sehr leicht ist. Im Game hat sie aber auch die typische unklappbare Schulterstütze, die auch das Original besitzt. Im Spiel ist sie standardmäßig mit einem Ironside ausgerüstet, welches nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht ist. Bis jetzt sind drei Versionen der Chris Vector erschienen. Da wäre einmal die normale Chris Vector, die ihr gerade mit einem kranken FX-Camo seht. Sie kostet 14.000 SP. Dann wäre dann noch die Chris Vector Halloween, die es temporär im Kapselmarkt zu gewinnen gab. Sie besitzt aber keinen Vorteil der normalen Chris gegenüber und ist daher auch in der ESL erlaubt. Zudem ist da die Chris Vector Honeybee, die den Kapselmarkt aber wieder verlassen hat. Sie besitzt ein Neotech Visier und den Kapselmarkt Boost. Zudem ist sie in der ESL verboten. Die Chris Vector, ist das für euch eine Maschinenpistole, die bei euch auch mal zum Einsatz kommen darf? Schreibt es uns in den Kommentaren. Außerdem habt ihr jetzt die Möglichkeit, für die nächste Waffe euer Gameplay bei uns einzusenden. Die Daten und um welche Waffe es sich handelt, werden euch jetzt eingeblendet. Wir sehen uns nächste Woche wieder, zur selben Zeit, am selben Ort. Sie sind scharf und haben Biss. Außerdem sind sie tödlich. CWT Weapons, die Waffenreviews. Immer montags um 20 Uhr auf Showtime Gaming.